Für den Eingangsbereich, wenn man in das Haus hineinkommt, kann man da die Schlüssel aufhängen und ist zugleich wieder Stauraum. Und wenn man jetzt sagt, das ist die eigene Gitarre, vielleicht mit der, was man 20 Jahre gespielt hat, und die schmeißt man dann einfach weg, und kann man sich dann von mir zu so einem Möbelstück umbauen lassen. Das ist ja eigentlich was für Musik, für Rockstars. Haben da schon ein paar zugeschlagen? Also für die großen Rockstars noch nichts, sagen wir mal so, aber es ist auf jeden Fall für jeden Musiker oder der, was mit Musik was zu tun hat, ist das eine super Sache, wo man eben gleich zeigen kann, ja da wohnt einer, der was mit Musik mag.